Du lieber Zwilling, im November zeigt sich jetzt, dass eine ganz wichtige Situation bei dir stattfindet und dass ein Thema, was dich schon länger begleitet oder Themen, die dich schon länger begleiten, jetzt vielleicht für dich auch spürbar sind, weil du richtig vor so einem Change oder vor einem Switch stehst, vor einem Level Up in deinem System. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwelche Anteile in dir innerlich noch Angst haben davor und auch noch ein Kummer der Vergangenheit dich so ein Stück weit begleitet, aber da wächst du uns heraus. Und wie genau und was genau, schauen wir uns jetzt in diesem Reading an. Und wir starten gleich mit einer Botschaft von meinen Karten oder zwei Botschaften. Zur Hauptenergie, positive Kraft. Schau auf dich, geliebte Seele, nicht was dein Herz im Bedauern begehrt. So vieles Schönes ist um dich und deinen Fokus wert. Hier darfst du Botschaften offen empfangen. Du musst nicht mehr trauern oder um Fülle bangen. Leer aus den Kelch mit dem alten Wein und schenk dir neues Wasser ein. Großartig. Und genau darum geht es. Die Gelassenheit, die lese ich euch dann ein bisschen später vor. Machen wir das so. Und schauen wir uns gleich an, was die Hauptenergie jetzt ist. Die Blume des Lebens, vollkommene Matrix, wähle die göttliche Perspektive der Verbundenheit und Einheit. Genauso ist es. Fühl dich wieder willkommen. Fühl dich wieder angekommen. Fühl dich, was heißt, fühl dich angekommen hier auf dieser Erde. Fühl dich mal mit deiner Leidenschaft. Die Leidenschaft ist hier von meinem Kartenset. Das war mein allererstes Kartenset hier auf der Schattenseite gefallen. Das heißt, da geht es darum, was versteckst du noch in dir? Wo fühlst du dich noch nicht verbunden? Was hast du vielleicht abgedreht vor langer Zeit? Wo stehst du jetzt gerade mit deinen Empfindungen, mit deinen Gefühlen? Was ist bei dir passiert, dass du dich vielleicht ein Stück weit auch zurückgenommen hast? Dass du ein Stück weit vielleicht auch verzichtet hast oder vergessen hast, was da alles in dir ist. Und du bist es aber wert, diesen Bereich, diese Kraft jetzt für dich zu öffnen und dich willkommen zu heißen, dich willkommen zu fühlen, dich als Erdenmensch, Bewohner hier zu fühlen und deine Gaben, dein Potenzial hier auf die Erde zu bringen. Deswegen sind wir nämlich hier. Und das sagt ja auch hier dieses Gitternetz der Liebe quasi, wo du dich auftanken darfst, wo du empfangen darfst und wo du auch geben darfst, wo du einfach hier willkommen bist. Und da kommt es, das hatte ich nämlich vorher beim Spazierengeht gerade, und das kommt immer mal wieder die Einzige oder der Einzige, den du immer wieder vermisst oder wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwas vermisst, die Heimat oder so, dann bist du selbst, du in deinem hohen Wesen, du verbunden mit dir, du verbunden mit Kosmos und Erde hier, hier auf dieser Erde, wo du dich jetzt erleben darfst. Also schau dir an, wo sind deine Gefühle, wo ist deine Lust, wo ist deine Freude, wo ist deine Leidenschaft, wo hast du dich vielleicht ein bisschen hier noch versteckt oder hältst du zurück. Was ist da los gerade für dich im Großen und Ganzen in deinem Leben, nämlich jetzt. Und was hier jetzt eben in die Veränderung möchte, weil wir sehen jetzt hier, du hast hier die Doppelhelix, die evolutionäre Entwicklung, segne dein Potenzial und sage Ja zu dir selbst, entfalte deine Supernatur, genau so ist es. Und da haben wir jetzt aber die Angst darüber liegen, das heißt, du selbst, habe ich das Gefühl, so wie ich das eingangs schon gesagt habe, hast noch Angst vor dir oder Teile davon haben noch Angst vor dir, wer bist du, wenn du jetzt quasi deine Komfortzone verlässt, wer bist du, wenn du plötzlich den Kummer hinter dir lässt, wenn du Teile hinter dir lässt, um in dieses Wachstumsmuster einzutauchen. Und da lese ich dir jetzt gleich vor, weil der Lotus nämlich in dir erwacht und weil es darum geht, jetzt deine Träume und Wünsche groß zu machen und diese Seelennacht, sage ich jetzt einfach einmal, die geht vorbei, ja, aber wie, sage ich dir jetzt, also, was war da jetzt, sage ich dir jetzt, schau gerne in dir vorbei, ja. Ja, gelassenheit. Erfolg will kommen und stellt sich ein. Sei und bleib optimistisch, du wirst glücklich sein. Es wird dir Freude bringen jeden Tag. So lebe ihm jetzt und tue es nicht ab. Mit offenen Armen wirst du nun empfangen und so viel Schönes für dich erlangen. Steh zu dir und bleib in deiner inneren Ruhe. Das Außen sieht dich und kommt auf dich zu. Ja, wunderschön. Also hier noch einmal diese Gelassenheit. Du musst gar nichts im Außen machen. Du musst gar nicht irgendwo herumkrödeln, Verpflichtungen zu viele eingehen, dich kümmern und irgendwas nachhetzen oder nachrennen oder irgendwas, was, ja, oder du musst gar nicht so viel tun, um dich auch ein Stück weit vielleicht davon abzutrennen, weil du wirklich bist, ja. Ja, ich habe so das Gefühl, dass hier auch ganz viele, wie sagt man da jetzt, Überschattungsthemen vielleicht nebenbei laufen, ja. Vielleicht machst du auch ganz viel, da müsstest du dich jetzt überprüfen, ja, wo du das vielleicht machst. Vielleicht machst du auch ganz viel, um nicht in dir selbst einzutauchen, ja. Ja, und genau darum geht es, das wieder umzudrehen. Kommen dir selbst an, das Außen ist das Außen, das Außen ist das Außen und das wird sich dann schon melden und dich kümmern, ja, und, und, und. Das sehen wir ja da, aber jetzt geht es darum, dass du dich um dich kümmerst, ja, und dich wieder auf einer anderen, wieder oder erstmaligste, in einer anderen Situation erfährst. Ja, ganz, ganz wichtig und hier ist auch ganz, ganz wichtig, das ist vorbei. Kummer, Sorgen, das alles, ja, das, es war schwer, ganz klar, ja, das sieht man hier. Also, wenn du hier in dieser Resonanzgruppe bist, dann hast du auch schon viel erlebt und möglicherweise, da gibt es jetzt auch so Tendenzen, ja. Manche sind wirklich schon sehr, sehr gut weitergekommen und haben ganz viel schon aufgemacht für sich selbst auch und manche sind dort halt, aber spüre ich noch nicht, ja. Ja, da geht es jetzt wirklich darum, jetzt einfach einmal so einen Stopp hineinzugeben, auch als Dankstelle im Außen und sich um alle immer zu kümmern, sich um alle zu versorgen, sondern wirklich einmal den Mut zu haben, in dir selbst nachzuschauen, wer bist du, ja, wenn du alles träumen darfst. Wer bist du, wenn du dir wieder erlaubst, alles als Vision, als Traum anzunehmen, zu schauen, wo willst du hin, wer bist du dann, wenn du dieses Selbstvertrauen in dir tatsächlich öffnest und sagst, okay, ich beginne wieder zu staunen, ich beginne wieder zu schauen, ich traue mich wieder, mich auf meine Gefühle einzulassen, ich traue mich wieder zu kreieren, in das Schöpferische einzutauchen, ich traue mich wieder meiner Leidenschaft, meiner Lust, meiner Freude nachzugehen und alles, was dann kommt, das schaue ich mir im Tun einfach an und erlaube mir jetzt einfach wieder dieses Wunschwunderland aufzumachen und was heißt wieder, es kommt immer wieder wieder, also eine Gruppe bei euch ist jetzt eben wieder, ihr habt das schon einmal gekonnt, ihr wart dort schon einmal voll drinnen und dann ist irgendwas passiert, das Leben einfach in verschiedenen Facetten, wo vielleicht einfach so Schicksalsschläge auch drinnen waren, die euch vielleicht ein bisschen gedämpft haben, so spürt sich das an. Und die andere Gruppe hat das vielleicht noch gar noch nicht erfahren, die kennt das vielleicht überhaupt noch gar nicht, wie das so ist, es ist drei Uhr in der Früh, wie das so ist, wirklich einmal für sich zu gehen, aufzustehen, Ja zu sagen und sich um nichts anderes kümmern zu müssen, als um sich selbst und darum geht es aber jetzt, sich selbst. Was kommt nämlich hier hinzu? Die hinzuströmende Kraft ist hier tatsächlich der Geist des Ortes, dass sie so in dir Stabilität bekommen, in dir eine Kraftoase aufbauen, in dir einen schönen Raum finden. Ich empfehle immer wirklich so den ganzen Körper durchzugehen, nicht nur bis zum Wurzelbereich. Wir sind in einer wunderschönen Zeit angekommen, wo du dich als Ganzes erfahren kannst. Da hört es nicht unten im Schritt auf, sondern geht bis hinunter über die Knie, über die Beine und hinunter zum Untererden, den Erdmittelraum und darüber hinaus. Also wo du wirklich einfach spüren darfst, wer du wirklich bist und Ruhe hineinbringen darfst in dein System. Wie gesagt, ich sage es noch einmal, du hast dich vermisst. Oder vielleicht vermisst du dich immer noch und jetzt darfst du dir wirklich innerlich, wie wenn ganz viele Räume in dir aufgehen, verschiedene, so wie die Chakren einfach, verschiedene Räume aufgehen und die darfst du dir kreieren, weil das ist die Erneuerung, das ist das Schaffen, wenn du da Unterstützung willst. Bei mir gibt es die Selbstverteiling-Ausbildungen, das ist meine Energiearbeit, die ganz darauf abgestimmt ist, natürlich dich selbst zu erfahren. Nächstes Jahr gibt es auch wieder tolle Programme, also ich habe sowieso dieses Jahr tolle Programme, aber die sind schon ausgebucht. Nächstes Jahr gibt es diese Programme auch wieder, plus zwei Mega-Special-Programme, da gebe ich euch noch Bescheid. Auf jeden Fall ist alles wirklich mit Selbstverteiling, Selbstverteiling ist jetzt einfach so mein Hauptaufhänger. Ich habe jetzt alles so umgestellt und umgeschiftet, dass wirklich überall in meinen Programmen Selbstverteiling als Methodik und Selbstverteiling als Erfahrungswert, Bewusstseinsarbeit und Energetik wirklich durchfließen kann und das ist so mega kraftvoll, ich kann es gar nicht sagen. Also wenn du da irgendwo Unterstützung haben möchtest, in Ausbildung oder auch wenn du es selbst erfahren möchtest, ich schalte wahrscheinlich im Dezember wieder Readings frei, jetzt ist es ja, also nicht nur Readings, sondern auch Heilsessions mit Selbstverteiling, jetzt ist es ja der Zeit, habe ich keine Zeit, das heißt Ende Dezember, vielleicht noch Anfang des Jahres schalte ich wieder ein paar frei und da kannst du dann auch schauen. Oder du meldest dich einfach bei mir unten in der Infobox, da hast du alle Daten dafür. Ja, weil jetzt geht es wirklich um die Erneuerung, jetzt geht es darum, dich selbst zu erfahren und nächstes Jahr, also heute haben wir ja ein Bewusstseinsjahr und nächstes Jahr kommen wir ins Jahr der Fülle, in ein Achterjahr, wo es darum geht, ja oben und unten miteinander zu verbinden, in Gleichklang für dich zu schwingen und tatsächlich Fülle auf der Erde zu erfahren und auch nochmal stark wirklich um das Materialisieren und das Manifestieren, um wirklich deine Gaben, deine Fähigkeiten hier auf die Erde zu bringen. Also wunderschön, ja, tauch ein hier in die Erneuerung und seh die Veränderung, weil hier trägst du dein Leben quasi schon schwanger, also eine wunderschöne Karte, ein wunderschönes Bild, ja. Was geht nämlich raus und das finde ich sehr interessant, hier gehen raus die Skepsis, hier geht raus einfach so dieses, sich vor dem, der Zauberer der Bewusstheit, ist für mich mal so die Karte und mal so und jetzt ist sie gerade so, nämlich, dass sie so ein bisschen deine Schöpferkraft versperrt hat. Da sitzt so ein Skeptiker vor einem wunderschönen Creation-Raum, sage ich mal, einen Raum der Kunst, einen Raum der Bewusstheit, einen Raum der Selbstschöpfergabe, ja, das kommt jetzt alles gerade so durch, einen Raum der Magie, einen Raum des Flusses und da ist man wieder vor, so in einer skeptischen Haltung und die Prüfung ist, hier genau hinzuschauen und das jetzt für sich aufzubrechen, hier wirklich zu sagen, und das kommt hier auf der hellen Seite, auf der lichtvollen Seite, hier kommt es wirklich, du erkennst das, ja, du erkennst, dass die Prüfung jetzt ist, deine Bewusstheit für dich zu öffnen, dich selbst wieder zu verbinden mit dir, mit deiner Schöpfung, mit deinen Gaben, mit deinem Potenzial, ja, dass ich, dass du dich hier mal dran kannst laben auf dieser Erde, ja, aber dann durch dich auch die anderen, aber jetzt bist das einmal du, jetzt geht es einmal nur um dich und um gar nichts anderes sonst, ja, also für alle diejenigen, die auch immer wieder an die anderen denken, weil die anderen kommen mir immer so in den Sinn jetzt gerade, ja, schaltet das mal ab, die anderen sind wichtig, ja, aber du bist jetzt am wichtigsten, ja, denk daran, dass du wie bei einem Flugzeug, wenn das Flugzeug abstürzt oder wenn irgendwas ist, egal was für eine Situation, du kümmerst dich immer zuerst um dich, damit du nachher auch für andere da sein kannst und wenn dir die Energie abfällt, wenn dir die Luft weg bleibt und wenn dir die Kraft ausgeht, du kannst für die anderen gar nicht mehr da sein und vor allem hast du dann selbst auch gar nichts mehr davon und du bist ja hier, um dich zu erfahren hier auf dieser Erde, auch wenn wir Aufträge hier haben, auch wenn wir einen höheren Plan haben, wenn wir wissen, was wir zu tun haben, unsere hohen Seelen und das werden wir auch verwirklichen, gibt es ja trotzdem diese Erfahrung, diesen Erfahrungswert und den darfst und sollst du hier auch haben. Ja, also wirklich hier lernst du, erkennst du, dass es jetzt um den Aufbruch geht. Wunder, wunder, wunderschön. Was ist hier im unbewussten Bereich los, ja, im unbewussten Bereich haben wir hier die Selbstmeisterschaft auch in der Ruhe. Bei dir kommt immer wieder die Ruhe, die Ruhe in deinen inneren Räumen, jetzt auch hier der heilige Teich, wo es darum geht, dich einmal fallen zu lassen, dich einmal aufzuladen, dich einmal zu spüren, Stabilität und Bewusstheit durch dein System durchfließen zu lassen, dir bewusst zu werden, wie stabil, wie großartig du in Wirklichkeit bist und was vielleicht alles rundherum irgendwelche Geschichten waren, die du auch zum Teil eingefangen hast und hier jetzt wieder über den Regenbogen abzugeben, aber auch neue Energie zu empfangen und wirklich durchzulassen für dich in deinem System und dich deiner tiefen Gefühle wieder zu offenbaren. Jetzt kommt das Wort offenbaren, ja, also wie wenn du sie dir ein Stück weit abgeschnitten hättest, einfach auch. Was ist der bewusste Pfad? Was ist das, was dir sehr klar ist? Ja, der Winterschlaf bei deiner Vision, bei deinen Träumen und hier mal in die Vergebung zu gehen, allen alten Situationen, aber auch dir gegenüber, dass du dich vielleicht auch eine Zeit lang da selbst, kann man im Regen stehen lassen, wieso ist das? Also es kommt dazwischen wirklich sehr intensiv, provokant fast, ja, die Worte, aber in der Essenz spürt es sich gar nicht so dramatisch an. Ja, schau mal, was du damit anfangen kannst. Gerne auch Kommentare unten, ja. Ich freue mich natürlich, wenn ich alles mitbekomme für euch. Das freut mich natürlich sehr. Ja, also hier geht es darum, wirklich, dass, so wie ein Stillstand der Visionen, Stillstand der Träume und da mal Vergebung hineinfließen lassen und wieder zu beginnen, und wieder beginnen zu kreieren, indem dir der Winterschlaf bewusst wird. Du dich einmal erholst und aus deiner Mitte heraus nach draußen schaffst, ja, nach draußen manifestierst wieder, nach draußen Aktionen schiebst, aber zuerst fängt es in deiner Ruhe, in deinem Inneren an, damit sich diese Traumwelt für dich wieder offenbaren kann, ja, damit es wirklich wieder groß wird und mächtig, ja, weil hier haben wir ein junges Mädchen mit ihrem Wolf, egal ob du eine Frau oder ein Mann bist jetzt, ja, aber auf dieser Karte ist eine junge Frau mit einem Wolf oder ein junges Mädchen mit einem Wolf und die sind noch so ein bisschen unscheinbar, ein bisschen durchsichtig und deswegen geht es darum, dich jetzt in die Präsenz zu bringen und gar nicht da mit dir zu hadern. Diese Karte der Vergebung heißt einfach nicht zu viel mit sich zu hadern, auch nicht mit anderen Menschen zu viel zu hadern, sondern Dinge auch, auch wenn sie nicht leicht waren, auch wenn sie wirklich verdammt schwer waren zum Teil, ja, trotzdem dann einmal stehen zu lassen in der Vergangenheit und zu sagen, okay, was kann ich mir an Erkenntniswert für meinen Wachstum, ja, da richtig herausholen, ja, weil die Fibonacci-Folge, da passiert ja auch etwas in der Schöpfung selbst, in der Entfaltung selbst, in der Zahlenreinfolge selbst und auch das, ja, wie so ein Aufbau-Code und wenn du dir jetzt einfach anschaust, dein Aufbau-Code im Leben, dann bist du jetzt genau dort und hast alles eingesammelt, quasi, was du gebraucht hast, um diese Erneuerung, um diesen Umbruch jetzt in dir wahrzunehmen und dafür auch zu gehen, wunderschön, ja, das heißt, hier geht es eher wirklich darum, es auch mal, ja, jetzt kommt sein zu lassen, einfach sein zu lassen und deine Träume wieder zu offenbaren, aufzumachen, dieses Feld, damit einfach dieser Winterschlaf jetzt endet, ja, zum Winter endet der Winterschlaf. Was sind denn deine nächsten Schritte, damit du dich jetzt hier wirklich mit der Erde wieder verbinden kannst? Deine Seele will hier auf der Erde ankommen, will geerdet sein, ja, lass dich auf deine Wünsche, auf deine Träume, auf deine Seele wieder im vollen Ganzen ein, ja, das ist die Botschaft, die dazukommt, nämlich, da geht es in den nächsten Schritten um die Trennung und zwar um die Trennung von Situationen, die dir nicht mehr gut getan haben oder die dir nicht mehr gut tun, ja, auch von Herzschmerz, dass du dich trennst und dass du dir gegenüber wieder loyal wirst, dass du dir gegenüber wieder dein Herz, ja, in den Händen trägst. Das haben wir hier auf der Lichtseite, die Loyalität und hier haben wir das Herz auf der Schattenseite, noch im Brennenden, ja, wo einfach das Buch des Lebens geschrieben steht, hier aber noch im Nebel, ja, hier einfach noch im Rauch, so gesehen und davon trennst du dich jetzt und du trennst dich auch von Situationen, von Personen, die dir einfach nicht mehr gut tun oder wo du einfach auch schon heraus erwacht und gewachsen bist, ja, innerlich und das darf dir jetzt bewusst werden und dann wieder nicht damit hadern, sondern es annehmen, so wie es ist, weil deine Träume, deine Präsenz wieder tatsächlich kommen will, ja, also in der Gelassenheit lass dich führen, lass dich da wirklich auch durchbegleiten jetzt im November. Wir haben Jahresende, im Jahresende schiftet sich auch mal wieder alles um, es wird einem viel bewusst, man reflektiert und gleichzeitig richtet man sich aus und bereitet sich vor auf das Neue, ja. Wunder, wunder, wunderschön. Was sagt denn jetzt der Rat der Hohe Priesterin? Achte auf die Details, schau ganz genau hin, damit du wirklich unbeschwert wieder auf der Welle des Erfolges reiten kannst. Mit den Delfinen geht es um Lebenslust, geht es um Zusammenschluss, verbinde dich auch wieder, ja, verbinde dich auch wieder mit Gleichgesinnten, ja. Auch ganz wichtig, glaube ich, in der Zeit der Konkurrenz und der Macht habe und, 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 verbinde dich auch wieder mit Gleichgeschlechtlichen, aber nicht Gleichgeschlechtlichen im Sinne von der, wie sagt man denn da, naja, als Frau mit Frauen und so weiter. Ja, schau da, da spreche ich jetzt spezielle Frauen an, bei Männern gilt das irgendwie gerade nicht, bekomme ich, sondern bei Frauen ist es jetzt ganz, ganz wichtig, sich auch mit anderen Frauen zu verbinden, ja, da wirklich wieder zu spüren und, und, ja, zu fühlen und da auch wieder die Aufgabe mehr sprießen zu lassen und dadurch in den Erfolg zu gehen. Bei Männern ist es nicht schlecht, wenn sie so eine Mischung im Moment machen, ja, zwischen Frauen und Männern, ja, das ist gerade so eine Name bei Information. Damit einfach du erkennen kannst jetzt und die Kraft auch hast durch diese Verbindung, durch die Ausrichtung auf Freude, auf die Ausrichtung auf Erfolg, schau genau hin, wo du in deinem Leben auch schon ganz viele Erfolge in jedem, Erfolg ist auch mit Freude aufzustehen, Erfolg ist auch, ähm, Kleinigkeiten, Erfolg ist Erfolg, Erfolg ist nicht klein und Erfolg ist nicht groß, aber Kleinigkeiten, alles das, was du, was du geschafft hast, nicht nur arbeitstechnisch oder wenn es ums, ums, ähm, kreieren oder sonst was geht, sondern da geht es auch um jemandem zuhören zum Beispiel, ja, oder jemanden umarmen, wenn es ihnen schlecht gegangen ist, auch das ist ein Erfolg, wenn du jemandem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, egal was, ja, also schau da wirklich, achte auf die Details und werde dir wieder bewusst, wie erfolgreich du in Wirklichkeit bist und damit schwingst du dich wieder höher auf diese Wellen hinauf, ja, weil du jetzt die Seelenanteile zurückholen sollst aus diesen alten Gefilden, die immer noch wie ein Spiegel wirken für dich und die dir immer wieder mal so eine Mangelillusion noch in, 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 in das System zaubern und das will jetzt alles hier tatsächlich heraus und deswegen ist der Umbruch jetzt auch so wichtig für dich und auch deine Ausrichtung so wichtig für dich und das shiftet jetzt eben alles im November, wunder, wunder, wunderschön. Dir hat mein Beitrag jetzt gefallen und freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir Kommentare da lässt, wenn du mir sagst, um was es bei dir so geht, dass ich auch ein bisschen was von dir mitbekomme, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mein Video likst, natürlich auch, wenn du mein Video teilst, da freue ich mich sehr und ich werde jetzt jeden zweiten Sonntag im Monat wieder live kommen, wo es dann Impulse gibt, wo ich auf die momentane Energie schaue, allgemein und wo wir auch uns ein bisschen wieder mehr austauschen können, ich habe ihn nämlich vermisst, ich war jetzt lange nicht live hier, weil ich ganz viel rundherum aufgebaut habe und gemacht habe und geschaffen habe, aber jetzt ist es dann wieder soweit im Dezember, das heißt ab Dezember ist wieder jedes zweite, jedes zweite Wochenende ist tatsächlich das zweite Wochenende im Monat hier auf YouTube bin ich live und wer mir näher kommen will, kommt bitte zu mir in meinem Member-Bereich, auch dazu hast du alle Informationen unten in der Infobox und auch auf meiner Webseite, wo du entweder Kurse mitmachen kannst, Online-Kurse, das ist hauptsächlich im Member-Bereich, aber da bin ich am jeden 28. im Monat live, da mache ich Q&A Sessions, ich mache Heilsessions mit euch, ich gehe mit euch wirklich so wie in einem Mentoring spielerisch einmal im Monat um und das Ganze nur um 23 Euro im Monat, also wer da dabei sein möchte, es gibt auch ganz viele Aufzeichnungen, es gibt so viele Boni, die ihr da mitbekommt, also schaut da einfach gerne mal vorbei und ich freue mich schon, wenn wir uns dort auch ein bisschen sehen live und in Zoom-Meetings auch näher kommen können, weil das ist es, worum es geht, das geht ja auf YouTube so in der Form leider nicht, da geht es halt über das Schreiben, aber auch das ist natürlich fein, ja, also lass dich jetzt fließen, komm jetzt ins Genießen und eröffne dir jetzt wirklich wieder deinen Raum, deine Leidenschaft, deine Träume, deine Wünsche, mach das groß, weil alles in dir will jetzt erwachen und es liegt schon in deinem Schoß quasi die Geburt deines neuen Lebens, also du lieber Zwilling, bis dann und alles Gute wünsche ich dir beim Ankommen hier auf dieser Erde. Papa!